Hey Leute und Willkommen zum Landsquid Bird Rider Adventskalender. Dieses Jahr dreht sich der Adventskalender vollkommen um Fallout. Und ich werde nicht 24, nicht 25, nein 30 Fragen rund ums Thema Fallout beantworten. Und diese 30 Fragen kommen von der 30 Day Challenge zum Thema Fallout von Hans Mörn Hörsien. Im Dezember könnt ihr euch also jeden Tag auf ein kleines Fallout Video freuen, in dem ich eine Frage rund ums Thema Fallout beantworten werde. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht und in den Kommentaren die Frage auch für euch beantwortet. Ich bin sehr gespannt auf eure Beiträge und freue mich schon auf die 30 Tage Fallout Challenge. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann.